Moin, mein Name ist Alvo und heute gibt es im Outdoor Adventskalender Tipps und Tricks. Die Folge, wie machen wir eigentlich richtig Feuer, ja, bilderbuchmäßig von A nach B. Wenn euch das interessiert, dann bleibt da einfach dran. Ja, viele machen es, sowohl natürlich in YouTube-Videos als auch in ihrer Freizeit. Beim Camping machen wir es sehr oft, aber wie macht man eigentlich mit so richtig Holz im Wald, mit den einfachsten Mitteln, ein vernünftiges Feuer? Ja, dazu zähle ich auch ein Feuerzeug. Natürlich benutze ich aber auch gern zum Beispiel mal den Feuerstahl. Oder wenn man natürlich richtig Anspruch haben möchte, dann kann man ja auch das Feuerbohren benutzen. Feuermachen im Sommer, wenn natürlich alles total trocken ist und seit Tagen nicht geregnet hat, ist ziemlich einfach. Aber so ein richtiges Feuer auch im Herbst oder Dezember, wie wir jetzt gerade haben, wo es dann auch stark teilweise zwischendurch regnet und auf jeden Fall die ganze Zeit nieselt, ist durchaus eine Herausforderung. Und das gehen wir heute mal Schritt für Schritt zusammen an, wie man rein Feuer richtig macht. Von vornherein einmal der Verweis auf die gesetzlichen Bestimmungen. Natürlich ist Feuermachen normalerweise nicht erlaubt. Schaut euch dafür gerne das hier oben verlinkte Video einmal an. Das ist von mir. Da geht es um Feuerautorecht. Was dürft ihr eigentlich wo? Am Anfang, wenn ihr ein Feuer machen wollt, sucht ihr euch natürlich den geeignetsten Platz dafür aus. Der geeignetste Platz, um ein Feuer zu machen, ist einer, der von Natur aus relativ wenig Luftzug hat, sodass euer Feuer nicht zu schnell wieder ausgeht. Der vielleicht auch noch ein bisschen regengeschützt ist, dessen Bodenbeschaffenheit nicht besonders nass ist. Also zum Beispiel kein Flussbett klassischerweise. Oder dass ihr auch noch darauf achtet, dass die Wurzeln von den naheliegenden Bäumen nicht rausgucken. Dass ihr die nicht gleich mit anzündet und so weiter und so fort. Natürlich auch kein in Brombeerbeständen Feuer macht, sodass ihr die auch nicht versenkt. Habt ihr also so einen angenehmen Ort gefunden, der vielleicht auch ein bisschen gerade ist. Ihr könnt ihn auch mit einer kleinen Schaufel oder mit einem Ast noch ein bisschen vorbereiten. Auch gucken, was noch da drunter ist, um euch ganz sicher zu gehen im Naturschutzsinn. Dann entfernen wir von diesem Platz alles, möglichst weiträumig, was anfangen könnte zu brennen. Ja, trockenes Laub etc. Ja, dass die Flamme, die dann in der Mitte entsteht in eurem Lagerfeuer, möglichst nicht nach außen überspringt. Und so gar keine Chance bekommt, irgendwie Bäume, den Wald oder sonst irgendwas zu erwischen. Dass man kein Lauffeuer dadurch entwickeln kann. Im optimalsten Fall nicht immer möglich. Ja, macht ihr um die grobe Feuerstelle rum noch einen kleinen Steinkreis. Ja, wie gesagt, das ist nicht immer möglich. Ja, bei mir hier im Wald zum Beispiel gibt es praktisch überhaupt keine Steine. Warum, kann ich euch nicht sagen. Ja, aber wenn ihr welche findet, dann benutzt sie doch einfach. Steckt so eure Feuerstelle ab. Dadurch gewinnt ihr nochmal etwas an Sicherheit. Ein kleiner Tipp, falls ihr euch unsicher seid und besonders viel auf die Sicherheit geben wollt, was ihr meiner Meinung nach unbedingt tun solltet, besonders wenn ihr Anfänger seid, dann könnt ihr ein bisschen, ja, so eine kleine Erdkuhle aufschichten. Das heißt, ihr macht ein bisschen wie ein Hassanburgenbauer im Endeffekt, einen kleinen Schutzwall um das Feuer drumherum. Das heißt, wir haben jetzt den guten Platz ausgewählt, den besten, den wir finden konnten. Und wir haben ihn auch noch vorbereitet, sodass dort optimal ein Feuer entstehen kann. Jetzt brauchen wir natürlich das, was brennen soll, das Holz. Ich empfehle euch von vornherein alle Arten von Holz, die ihr gleich brauchen werdet, vorzubereiten. Das heißt, einmal sehr kleine Äste, die nur einen halben Zentimeter Durchmesser haben. Ungefähr so eine Handvoll würde ich benutzen. Je nachdem geht auch ein bisschen weniger, wie die Temperatur und Nässeverhältnisse sind. Dann braucht ihr einmal ungefähr ein bis anderthalb Zentimeter dickes Holz. Und dann könnt ihr die dicken Dinger raufwerfen, ja, die drei bis fünf Zentimeter Äste. Bei der Holzvorbereitung ist es durchaus sinnvoll, auch noch Rinde zu entfernen, die vielleicht sehr durchgenässt ist, zu batonieren, was ich euch in einem anderen Video gerne erkläre, um an das trockene Holz in der Mitte ranzukommen. Ja, das sind Regeln, wenn es sehr verschneit ist oder wenn es sehr doll geregnet hat die letzten Tage. Wenn wir jetzt also das ganze Holz vorbereitet haben, mit dem wir unser Feuer machen wollen, dann brauchen wir natürlich noch einen Zünder, der zum Beispiel die Funken auffängt, beziehungsweise die Flammen an das Holz weiterträgt. Da gibt es verschiedene Varianten, die je nach Wirkungsgrad unterschiedlich beliebt sind. Für alle, die nicht wissen, was ich meine, klassischerweise ist das zum Beispiel, wenn du grillst, diese kleinen Grillanzünderblöcke, die du auf deine Kohle rauflegst. Etwas, was erstmal eine sehr hohe Wärmeentwicklung hat, wo du dann dein Brennmaterial oder Glühmaterial im Sinne von der Kohle drüberlegst, drumherum legst, um das Feuer letztendlich zu erzeugen, im größeren Sinne. Jetzt haben wir also unseren Zünder, haben dort eine kleine Flamme erzeugt und darum breiten wir dann die ganz dünnen Stöcker, also die erste Generation, man ist bei den Pfadfindern, reisig, Anzündmaterial etc. drumherum auf. Am besten so, dass gut Luft drumherum kommt. Beliebt ist dabei das Pyramidensystem, in dem man sozusagen gegeneinander gelehnt baut. Und dann geht das Ganze immer so weiter. Da braucht man ein klein bisschen Gefühl, dafür gibt es keine genaue Anleitung, wie man das macht, sondern immer, wenn ihr merkt, oh, die nächste Holzschicht hat ein bisschen Feuer gefangen, dann kann man immer wieder anfangen, die nächstgrößeren Stöcker dazuzulegen und so weiter und so fort. Tja, wollt ihr einfach nur ein Lagerfeuer machen, dann war es das im Großen und Ganzen schon. Ihr könnt das im Prinzip unendlich groß bauen, auch wenn ich euch das nicht empfehlen würde, sondern irgendwo aufzuhören, euch drumherum zu setzen und entspannt einfach das Leben zu genießen. Gleichzeitig gibt es aber außer der Pyramidenform natürlich noch verschiedene andere Feuer, die ich euch mal in einem Video zeigen bzw. vorstellen werde, die unterschiedliche Anwendungsgebiete haben. Zum Beispiel ein Grubenfeuer, ein Viereckfeuer und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video eine Starthilfe geben, wenn ihr euer erstes Feuer mal machen wollt oder eine kleine Auffrischung, falls ihr mal wieder rausgehen wollt, um mein Feuer zu genießen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch einfach ein Like da. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos aus dem Outdoor-Adventskalender. Tipps und Tricks einfach mal durchschalten, da kann man eine Menge lernen. Und hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich jetzt abonnieren, falls du das noch nicht getan hast, denn es kommen noch weitere Videos im Outdoor-Adventskalender. Ich sag dann mal bis dahin. Tschüss, tschüss.